Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestatten Sie mir ein paar Worte zum Tode von Klaus Töpfer. Klaus Töpfer hat sich in all seinen politischen und gesellschaftlichen Funktionen stets für die Interessen der Generationen und der Umwelt eingesetzt. Nachhaltig und visionär. Klaus Töpfer hat weit über die Grenzen des Saarlandes gewirkt und war dabei ein Gesicht unseres Landes. Ich spreche ihm die Achtung des Hohen Hauses aus. Unsere Gedanken sind in der Trauer bei seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben und kurz innezulassen. Vielen Dank. Ich eröffne die 27. Sitzung des Landtages und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Frau Landtagspräsidentin Heike Vincent ist krankheitsbedingt für die Sitzung entschuldigt. Wir wünschen ihr auf diesem Wege, denke ich, gute Besserung und eine schnelle Genesung. Zur heutigen Sitzung darf ich ganz herzlich eine Besuchergruppe der GPW GmbH Bildungseinrichtung Neunkirchen unter der Leitung von Frau Jenny Wannemacher begrüßen. Seien Sie uns willkommen. Herr Minister Dr. Magnus Jung ist aufgrund seiner Teilnahme an der Gesundheitsministerkonferenz in Lübeck-Travemünde für die heutige Sitzung entschuldigt. Herr Minister Jürgen Barke nimmt an der Wirtschaftsministerkonferenz in Bayern teil und ist für den heutigen Tag entschuldigt. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium hat Frau Landtagspräsidentin Vincent den Landtag des Saarlandes für heute 9 Uhr einberufen und für Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Zu Punkt 2 der Tagesordnung, zweite Lesung des Saarländischen Wohnraumförderungsgesetzes, Drucksache 17 865, hat der Ausschuss für Inneres, Bauen und Sport zwischenzeitlich einen Abänderungsantrag mit der Drucksache 17 980 eingebracht. Zu Punkt 7 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Aktionsplan gegen Islamismus, Bedrohungen unserer Demokratie durch Islamismus entschieden bekämpfen, Drucksache 17 975, hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17 986 den Antrag betreffend konsequentes Handeln für die Sicherheit in unserem Land eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag, Drucksache 17 986, als Punkt 11 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass der Antrag, Drucksache 17 986, als Punkt 11 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 7 in einem ganzen Redezeitmodul beraten wird. Zu Punkt 10 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Ärztemangel ursächlich bekämpfen, medizinische Versorgung nachhaltig sichern, Studienkapazität im Fach Humanmedizin gemeinsam ausbauen, Drucksache 17 976 hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17 987 den Antrag betreffend eine gute medizinische Versorgung im ganzen Saarland sicherstellen eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag, Drucksache 17 987, als Punkt 12 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Danke. Dann stelle ich fest, dass der Antrag, Drucksache 17 987, als Punkt 12 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 10 in einem halben Redezeitmodul beraten wird. Für die übrigen Tagesordnungspunkte haben sich die Mitglieder des erweiterten Präsidiums im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache auf Folgendes verständigt. Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Aussprache statt. Die Tagesordnungspunkte 2 bis 6 werden jeweils in einem ganzen Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 8 und 9 werden jeweils in einem halben Redezeitmodul beraten. Wer dafür ist, dass wir so verfahren, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Vielen Dank. Dann ist das Ganze so angenommen. Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung. Zweite Lesung des... Entschuldigung. Ist vorher, glaube ich, gesagt, Punkt 7, 12, 10. Ich kann es nochmal zu Punkt 7 der Tagesordnung, habe ich gesprochen, dass es dort entsprechend einen Antrag gibt, der SPD-Landaktion ist erwähnt worden. Wurde auch so abgestimmt. Jetzt haben Sie mich unterbrochen, das nutze ich als Gelegenheit und begrüße Frau Katja Göbel vom katholischen Büro. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und auch Herrn Kirchenrat Hoffmann, der hinter der Kamera für mich versteckt ist, seien Sie uns auch herzlich willkommen an der Stelle. Wir können uns da noch anschließen. Das habe ich die zwei Zeilen nicht direkt gelesen. Liebe Frau Göbel, die Frau Göbel ist das, ist heute anwesend an Ihrem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank.